In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Textbausteine gemeinsam mit anderem im Team verwenden können. In diesem Fall ohne einen Server, sondern mit einer Cloud-basierten Lösung. Hier sehen wir den Client von Anwender John, der schon einige Textbausteine erstellt hat. Um diese den anderen Anwendern zur Verfügung zu stellen, markieren wir den gewünschten Textbaustein-Zweig, klicken auf Datei, Textbausteine mit anderen synchronisieren. Das Ganze funktioniert grundsätzlich so, dass ein Anwender anfängt, die Textbausteine bereitzustellen und alle anderen laden dann diese Textbausteine. Also klicken wir auf Textbausteine bereitstellen und wählen nun ein Synchronisationsverzeichnis, auf das alle anderen Anwender auch Zugriff haben müssen. Das kann entweder ein Netzwerklaufwerk sein oder in diesem Fall verwenden wir OneDrive. Dies ist ein Verzeichnis, das von allen Anwendern im Team genutzt werden kann. Genauso gut können Sie natürlich auch Dropbox, Google Drive oder auch selbst gehostete Lösungen wie OwnCloud zum Beispiel verwenden. Nun wird eine Kopie der Textbausteine von John in das Synchronisationsverzeichnis hochgeladen. Eine wichtige Besonderheit bei Cloud-basierten Lösungen. Im Fall von Microsoft OneDrive gibt es die Option, dass Dateien erst im Moment heruntergeladen werden, wenn man diese öffnet. Das ist für die Synchronisation hier nicht geeignet, deswegen sollten Sie diese Option deaktivieren. Diese Einstellung muss auf allen Arbeitsplätzen vorgenommen werden. Ähnliche Einstellungen gibt es auch bei anderen Anbietern. Bei Verwendung eines NAS-Systems entfällt das natürlich. Falls die einzelnen Clients noch nicht mit einem Lizenzschlüssel registriert wurden, können Sie dies auch zentral vornehmen. Stellen Sie hierzu sicher, dass Sie den richtigen Textbaustein-Zweig ausgewählt haben, da FrysGepress ja mehrere Textbausteindateien gleichzeitig laden kann. Wählen Sie dann Datei und Benutzerliste. Hier sehen Sie eine Liste aller Teilnehmer, die gemeinsam diese Textbausteindatei verwenden. Das ist bislang natürlich nur John. Wechseln Sie nun in den Bereich Lizenzen und fügen Sie hier die Liste aller Lizenzschlüssel, die Sie haben, ein. Jeder Teilnehmer, der noch keinen Lizenzschlüssel hat, wird dann automatisch einen erhalten. So auch John selber, wie man hier sehen kann. Wir sind nun am Arbeitsplatz von Claire, die die Textbausteine von John mitverwenden möchte. Zunächst müssen wir aber auch hier in OneDrive die Option ändern, dass die Dateien automatisch heruntergeladen werden und nicht erst auf Anfrage. Wie gesagt, das ist nur beispielhaft für OneDrive. Das kann bei Ihnen etwas anders aussehen. Nun werden die Dateien runtergeladen, wie man hier sehen kann. Wir öffnen nun den Phrase Express Client und klicken auch hier Datei, Textbausteine mit anderen synchronisieren. In diesem Fall wollen wir die bereitgestellten Textbausteine von John laden und wählen deshalb die zweite Option. Nun suchen wir das Verzeichnis, unter dem John die Textbausteine gespeichert hat. Da ja auf allen Arbeitsplätzen der gleiche Textbausteinbestand verwendet werden soll, gehen die Textbausteine von Claire in dem Fall natürlich verloren. Hier gibt es aber die Option, eigene Textbausteine in die gemeinsam genutzte Textbausteindatei zu importieren. Da Claire hier aber lediglich die Beispieltextbausteine verwendet, können wir diese verwerfen. Nun lädt der Client die Textbausteine von John. Das war's. Ab jetzt verwenden John und Claire die gleichen Textbausteine. Übrigens hat Claire auch automatisch einen Lizenzschlüssel aus der Liste bekommen, die John angelegt hatte. Wenn Claire jetzt einen neuen Textbaustein erstellt und die Änderung hochlädt, und zwar mit der Schaltfläche Senden und Empfangen, werden diese Änderungen zunächst an den zentralen Ordner hochgeladen und andere Anwender wie John können diese Änderung dann empfangen. Hier sehen wir Claire's neu erstellten Textbaustein. Hier sehen wir Claire's neu erstellten Textbaustein. Sie hat einen libro woolen Textbaustein.